Der zweite Preis für zwei Ölgemälde. Impressionistisch flirrendes Dickicht im Wald. Ein Bild voller Tiefe von Silart Husank. Der gebürtige Ungar studierte einst ebenfalls an der Nürnberger Akademie, zuletzt als Meisterschüler. Realismus an sich interessiert mich nicht. Ich will keine Landschaft abbilden, sondern ich will Landschaften komponieren. Ich will keine Landschaften, sondern ich will keine Landschaften, zuletzt als Meisterschüler.